Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Minenbriefing. Mein Name ist Hannes Zipfel und zusammen mit meiner Partnerin Natalia Brüschnikow betreuen wir die Wikifolios Auses Gold und Silberminen und Silberminen XXL. Thema heute unter anderem das 7,5 Millionen Missverständnis, was sich dahinter verbirgt. Das sage ich Ihnen gleich. Kurz noch eine Entschuldigung. Ich wollte ja eigentlich schon am letzten Mittwoch dieses Minenbriefing präsentieren, hatte mich aber am Dienstag sportlich etwas verausgabt und musste dann schauen, dass ich meine sonstigen beruflichen Verpflichtungen erst mal erfüllen kann. Aber jetzt reiche ich das heute nach, nämlich ein Minenbriefing mit dem Big Picture, ganz kurz drauf geschaut und natürlich einen Blick auf Gold, Silber und die Minenaktienpreise und ein Minenporträt von Yamana Gold oder Germana Gold, wie Sie es möchten. Das schon des Öfteren mal von Ihnen, von der Community gewünscht wurde und die haben jetzt Zahlen vorgelegt am 30. April und es ist ein sehr interessantes Unternehmen, das wir auch im Auses Wikifolio drin haben mit einer überdurchschnittlichen Gewichtung von immerhin 2,3 Prozent und meiner Meinung nach eine der interessantesten Goldproduzenten im amerikanischen Raum. Beginnen wir mal mit dem Big Picture. Da hatten wir ja zuletzt wieder Daten gesehen, die das Prädikat historisch erneut verdienten und wenn man sich anschaut, die allgemeine makroökonomische Unsicherheit, da haben wir im Moment, wenn man die Differenz, also zwischen dem, was an Prognosen da ist und was dann tatsächlich eintritt und dem, was sozusagen an Überraschungsmoment für die ökonomische Prognose sich dann materialisiert, aufgrund einer natürlich für die Ökonomen nicht vorhersehbaren Pandemie. Da sehen wir, dass wir so einen, ja man könnte sagen, Überraschungsschock noch nie gesehen haben seit Datenaufzeichnung und dieses historische Momentum setzt sich dann jetzt auch fort. In den Arbeitslosenzahlen, wir haben ja in Deutschland noch relativ moderate Anstiege gesehen von nur 300.000 bei den Arbeitslosenzahlen, aber eben über 10 Millionen in den Kurzarbeiterzahlen und da weiß man eben nicht, was aus denen wird, wird aus dem Kurzarbeiter perspektivisch zumindest zu einem gewissen Prozentsatz ein Arbeitsloser. Fakt ist, wir haben im Moment in Amerika eine Arbeitslosenquote von 14,7 Prozent, das ist, wie Sie auch hier sehen, so seit 1948, seit dem Zweiten Weltkrieg der höchste Stand und wir hatten im April 20,5 Millionen neue Arbeitslose, aber da gab es eben dieses kleine 7,5 Millionen Missverständnis, auf das ich gleich noch kommen werde. Ein Thema, das jetzt immer mehr auch in den USA auf die Agenda kommt, ist die Diskrepanz zwischen der Verschuldung und dem, was an ökonomischem Wachstum sich vollzieht. Also hier sieht man das Defizit in orange und das ist die Verschuldung, die prozentuale Verschuldung in Amerika der Bundesstaaten, auf Ebene der Bundesstaaten und das hatte ich Ihnen ja prognostiziert, dass das passieren würde und dass die USA in Richtung italienischer Staatsverschuldung gehen werden, wahrscheinlich so Richtung 130 Prozent des BIP in diesem und dem nächsten Fiscaja, das Fiscaja geht ja immer nur bis Ende September, weil eben auch noch Wahlen anstehen und Donald Trump diese gewinnen möchte und deshalb alles bereit ist, in den Ring zu schmeißen, finanziert, unlimitiert finanziert durch die Notenbank und da kommen dann eben solche Defizite bei heraus und wenn dann, wie hier Helbler dargestellt, auch noch das Bruttoinlandsprodukt absinkt und die Steuereinnahmen sinken, das haben wir zuletzt auch in Deutschland gesehen, über 100 Milliarden weniger Steuereinnahmen, dann kommt eben alles zusammen, Wirtschaft geht zurück, Steuereinnahmen geht zurück, Ausgaben gehen hoch und dann sieht man hier eben die Explosion der Bundesverschuldung, die natürlich dann weit auch über dem Zehnjahresdurchschnitt liegt. Ja, die Notenbanken drucken, drucken, drucken und drucken und wie man sieht, die US-Fed hier blau dargestellt, die größte und wohl einflussreichste nach der EZB, hat es geschafft, ihre Bilanz wieder an die Spitze aller wesentlichen großen Notenbanken zu bringen, also die Schweizer, die Chinesen, die Briten und die Japaner, die ja jetzt auch unlimitiert Geld drucken und unlimitiert Wertpapiere aufkaufen von den JGBs, also den japanischen Staatsanleihen, über die Unternehmensanleihen, Bankanleihen bis hin zu REITs und auch Aktienfonds. Die EZB tut dies ja auch über ihr PEP-Programm, das ich mir im letzten Mal vorgestellt habe, über 750 Milliarden mit der Option, es zu verlängern und aufzustocken. Und jetzt gab es ja aus Karlsruhe ein bisschen Gegenwind, darauf möchte ich im Detail nicht so eingehen. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben auf Finanzmarktwelt, der einfach meine Meinung kurz und bündig auf den Punkt bringt. Den Artikel werde ich Ihnen in der Infobox unter dem Video verlinken und der heißt, warum die EZB das Urteil aus Karlsruhe nicht interessiert. Was die EZB und andere Notenbanken aber interessiert, ist der Refinanzierungsbedarf von Banken, Unternehmen und Staaten bis hin zu Privathaushalten. Und das muss sichergestellt werden und zwar zu immer niedrigeren Zinsen, denn die Verschuldung, umso höher die sich darstellt, umso niedriger muss der Zins sein, hatte ich Ihnen oft schon erklärt. Und das ist eben eine sehr spektakuläre Entwicklung. Und warum zeige ich Ihnen die immer besonders auf die FED bezogen? Ganz einfach deshalb, weil das große Kapital sitzt in Amerika. Gold und Silber wird gehandelt gegen Dollar primär. Ja, auch wenn ich das immer gerne in Euro zeige, weil es ja für Sie als Euroinvestor wichtig ist. Was ist denn mein Vermögenswert in meiner Heimatwährung wert? Aber generell den Finanzmarkt interessiert, was die FED macht. Was passiert mit der Weltleitwährung? Alle anderen Währungen, auch der Euro sind ja mehr oder weniger nur Satellitenwährung oder Derivate des Dollars, weil eben nicht Weltleitwährung. Und das ist eben das, was auch dazu führt, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, warum die Investmentnachfrage in den USA nach Gold und Silber extrem explodiert. Man könnte sagen, die Amerikaner sind erneut aufgewacht. Nur so etwas wird es hier eben nicht wieder geben. Nach dem Motto, wir machen erstmal Tapering der Normalisierung. Der Zug ist abgefahren. Das haben Sie gerade gesehen in dem Verschuldungschart. Das Thema, das jetzt alle umtreibt, ist Schuldentragfähigkeit aufrechterhalten. Diese Damen und Herren, die hier sitzen, halten das gesamte Welt, Banken, Finanz- und Staatssystem, Staatswesen am Leben durch Geld drucken und eben Zinsen runter. Ja, über die Geldmenge hatten wir uns beim letzten Mal unterhalten, auch über die Geldumlaufgeschwindigkeit. Und da gab es auch im Forum ein paar Diskussionen, ob die Formel so nicht korrekt ist. Ja, es ist wirklich so, das Bruttoinlandsprodukt, also eines Jahres, das ist die Zeiteinheit, dann eben gemessen in dem, durch die Geldmenge. Und das ist dann V. Und je nachdem, welche Geldmenge man nimmt, M1, M2, M3, hat man eben dann V1, V2, V3. Und hier sehen wir mal die Geldmenge M2. Und die Geldmenge M2 explodiert hier hinten raus. Das ist dargestellt im sehr, sehr langen Zeitraum, wie Sie sehen. Und hier hinten sehen Sie diese Explosion. Und ich zeige es Ihnen nochmal, weil das vielleicht auch ein bisschen griffig ist, die prozentuale Veränderung der Geldmenge M2 hier dargestellt. Dollar-Geldmenge M2. Ja, über 20%. Letztes Mal hatte ich Ihnen, glaube, einen Wert genannt, noch von 15,8 oder waren es schon über 19. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei über 20,4% gegenüber vorher Steigerung der Geldmenge. Aber wir sehen nach wie vor noch keinen Anstieg der Geldumlaufgeschwindigkeit. Was wir aber gesehen haben, ist ein neues historisches Tief bei den Zinsen in Amerika. Hier mal am Beispiel der zweijährigen Zinsen. Und wir sehen bei den sogenannten Fed Fund Futures eben nicht das, was wir bei der letzten Krise gesehen haben. In Zukunft werden die Zinsen wieder steigen. Das wäre die Haupterwartung, die Zukunft betreffen. Die Zinsen werden wieder steigen. Diesmal nicht. Es wird erwartet bis Jahresende mittlerweile in den Fed Fund Futures negativer Nominalzins, also negativer Hauptrefinanzierungssatz in den USA. Und real sind die Zinsen ohnehin schon negativ, denn wenn Sie von diesen schmalen 0,1151% mal abziehen, das ist jetzt der Coupon für eine Staatsanleihe, die zwei Jahre läuft, ja, um Gottes Willen, Minus Inflation, da sind Sie schon bei Negativzinsen. Also das Umfeld bleibt nach wie vor sehr positiv. Aber wir haben noch keine Inflation in dem Sinne, dass sie außer Kontrolle gerät. Ja, die Zinsen sind real negativ. Die Opportunitätskosten für das Halten von Gold und Silber sind damit passé. Bei Negativzinsen in Europa haben sie Gold und Silber sogar einen leichten Preisvorteil, wenn sie es günstig lagern. Aber das Geld kommt noch nicht ins Rotieren, wird noch nicht nachfragewirksam. Die unterbrochenen Lieferketten hemmen hier noch die Situation. Was wir sehen hier und da ist Mangelteuerung, aber das Geld kommt noch nicht richtig hier in Schwung, bringt die Wirtschaft noch nicht in Schwung. Das sehen wir also noch nicht. Nichtsdestotrotz, die sehr günstigen Refinanzierungskonditionen haben zuletzt und die überbordene, nicht mehr unter Kontrolle zu bringen, also mit konventionellen Mitteln, Verschuldung haben, die Gold- und Silberpreise, auch die Minenpreise schon ansteigen lassen, weil viele Investoren spüren, oh, das läuft auf eine unkonventionelle Lösung hinaus. Entweder Vermögensabgabe oder viel schlimmer. Die Amerikaner haben das nach dem Zweiten Weltkrieg auch schon mal gemacht. Finanzielle Repression, also weginflationierende Schulden, das ist glaube ich das, was auch die US-Regierung präferiert. Man druckt einfach so viel Geld, bis irgendwann auch diese Geldumlaufgeschwindigkeit ins Laufen kommt. Dann steigen die Preise schneller als die Einkommen und wenn die Inflation höher ist als das Schuldenwachstum, das nominelle Schuldenwachstum, dann gehen die Schulden real zurück und so kann man dann das Bruttoinlandsprodukt aufblähen, überproportional zu den Schulden und schon sind die Schulden im Vergleich zum BIP rückläufig. So kann man sich auch entschulden und ich glaube, diesen Weg wird man gehen. Der ist auch politisch am leichtesten gangbar, vor allem, wenn man bedenkt, dass in Amerika die obersten 10 Prozent die 90 Prozent der Vermögenswerte halten und mit denen will man sich ja gut stellen und in der Inflation hat man mit Vermögenswerten erstmal kein Problem. Ja, Gold, Silber, Minenaktien, da kommen wir gleich mal zu diesem Missverständnis. Eigentlich hätte der Goldpreis und er war auch drauf und dran am Freitag, als die Arbeitsmarktzahlen reinkamen, mit diesen wie gesagt 22 Millionen neuer, also verlorene Arbeitsplätze waren erwartet für den Monat April, 20,5 sind es nur geworden. Dadurch ist der Goldpreis hier nach unten gegangen. Er war schon dabei, hier aus diesem Konsolidierungstreik nach oben rauszubrechen und neue zyklische Höchststände zu machen. Aber naja, dann kam eben die Meldung hier rein, das war hier um 14.30 Uhr, da ging es das erste Mal runter, dann gab es einen Erholungsversuch und dann ging es das zweite Mal runter, weil auch die Arbeitslosenquote mit 14,3 Prozent eben nicht so hoch war, wie erwartet, mit 19 Prozent. Und dann kam still und heiblich um 18.41 Uhr, also quasi vier Stunden später, eine interessante Meldung aus Washington. Die lese ich mal vor. Die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen in den USA im April liegt nach Angaben der Regierung wohl um rund 7 Millionen höher als offiziell angegeben. Das Arbeitsministerium erklärte am Freitag, also hier oben sehen Sie, es sind eigentlich 7,5 Millionen, erklärte am Freitag, bei der Erhebung der Zahlen für April seien 8,1 Millionen Personen als abwesend aus nicht näher benannten Gründen gemeldet worden. Üblicherweise liege diese Zahl aber nur bei 620.000 und nicht bei 8,1 Millionen. Unsere Annahme ist, dass diese 7,5 Millionen Arbeitnehmer eigentlich als unbeschäftigt wegen vorübergehender Entlassungen hätten gemeldet werden müssen, hieß es in einem Anhang zu dem offiziellen Arbeitsmarktbericht. Wären sie so eingestuft worden, nämlich als arbeitslos, wo sie auch hingehören, hätten die arbeitslose Quote bei 19,5 Prozent gelegen und die Gesamtzahl dann eben bei 28 Millionen Stellen, die verloren gegangen sind, dann wäre der Goldpreis durch. Aber das hat man mal eben in den Anhang reingepackt und die waren halt nicht anzutreffen und damit sind die offiziell erstmal weiterhin beschäftigt. Aber egal, hier Gold in Euro, da sehen wir, wir wollen auch in anderen Währungen beim Goldpreis einfach nach oben und diese Konsolidierung, die jetzt stattfindet, wird in Lichte der Gemengelage des Big Pictures einfach nichts daran ändern, dass der Goldpreis weiter steigt. Die Amerikaner sind aufgewacht, das sieht man an den globalen Zuflüssen in die goldgedeckten ETFs. Da haben wir mit 144,2 Tonnen so viel Gold in Tonnen Zuflüsse aus Nordamerika in die globalen ETFs gesehen, wie seit Februar 2009 nicht mehr. Damals waren es rekordhohe 183,4, jetzt 144,2. Ja, der April 2020 avanciert damit weltweit betrachtet zum drittstärksten Monat für die Investmentgoldnachfrage seit Einführung der ersten Gold-ETS vor 17 Jahren und noch im April 2019 haben die Investoren in Amerika 49 Tonnen Gold abgezogen. Ja, und ganz klar, zuletzt hatten sowohl positive Gold-Analysen der beiden größten US-Banken, JP Morgan Chase und Bank of America, das Interesse an dem Gold geweckt. Die Analysten beider Häuser wiesen zu Recht darauf hin, dass die US-Notenbank FED mittlerweile unlimitiert Geld druckt und im Gegenzug aber kein Gold drucken kann. Und damit rückt eben die ältesten und solidesten Währung der Welt, also Silber, Gold, mit Einschränkung auch Platin, wieder verstärkt in den Fokus auch der nordamerikanischen Investoren. Und ich hatte Ihnen immer gesagt, dass das das Entscheidende ist. Ja, die Europäer haben immer schon gekauft, das war gut, aber das große Geld sitzt in Amerika. Genau diese Situation hatten wir auch im Jahr 2008, 2009 fortfolgende, wo die Amerikaner dafür verantwortlich waren, dass bis ins Jahr 2012 hinein die Goldpreise und zumindest bis April 2011 hinein die Silberpreise Rekordstände erreichten. Nur ab dann erzählte Ben Benanke den Amerikanern was von Normalisierung, Zinserhöhung und Zurückführung der FED. Übrigens seit 2011 schon, das muss man sich mal vorstellen. Er hat es nie gemacht. Janet Yellen hat dann damit angefangen und Jerome Powell hat es beendet. Aber da zwischen Versuch und Irrtum war nicht viel Zeit. Die Amerikaner werden jetzt wohl nie wieder aufhören zu verstehen, dass ihr Land überschuldet ist und auch nicht Gold zu kaufen. Und ich hatte Ihnen immer gesagt, egal wie die Schmuckindustrie dasteht, egal wie die Absätze in den Schwellenländern sich entwickeln, wo die Leute eher preissensitiv sind, weniger Einkommen haben. Entscheidend ist Amerika, wenn dort Geld in die Portfolios fließt, um Gold zu kaufen, nur ein geringer Anteil, dann ist der Markt einfach so klein, dass schon ein paar Milliarden ausreichen in physisches Investment, wohlgemerkt, um den Markt zu sprengen. Wir haben gesehen im März der Terminmarkt an die physische Wand gedrückt. Diese Investoren gehen auch in die Minen rein, in die großen Minen, in Newmont, in Barrick Gold. Sie gehen auch in die großen Streamer rein, wie Franco Nevada, wie Silver Wheaton Precious Metals, aber eben auch hier physisch rein. Und das ist die Entwicklung, die ich eigentlich sehen wollte. Und ich war eigentlich immer enttäuscht. Wann verstehen es die Amerikaner? Jetzt haben sie es mal verstanden. Mag sein, es gibt jetzt hier nochmal eine Abkühlung der Nachfrage im Zuge der erhofften Covid-19-Eindämmung. Aber die Amerikaner werden sehr schnell feststellen, dass mit diesem Präsidenten, der unbedingt wiedergewählt werden will, was politisch verständlich ist, die Schulden weiter exorbitant durch die Decke gehen und die FED genau darauf Rücksicht nehmen muss. Das heißt, aus Null- und Negativzinsspirale und Gelddruckspirale gibt es kein Herauskommen mehr. Und das wird sukzessive das Thema Gold auch wieder in den Fokus der Investoren stellen. Davon bin ich fest überzeugt. Beim Silberpreis sieht es ein bisschen freundlicher aus. Da sehen wir, dass der Markt mit der Covid-19-Abflauungs-Optimismuswelle mit nach oben geht, wie auch der Rohölpreis etwas, wie auch übrigens Platin. Und da haben wir jetzt hier wunderbar die 50% Fibonacci Retracement nach oben schon durchbrochen. Wir haben diesen Abwärtstrennkanal, dieses Konsolidierungsdreieck nach oben verlassen. Und nächster Halt wäre jetzt die 61-8er Linie. Und das ist natürlich sehr positiv auch für unsere Wikifolios, haben Sie vielleicht schon gesehen, dass die langsam in Tritt kommen. Denn da haben natürlich Werte wie Pellermann und Silber ein viel höheres Gewicht als in den klassischen Minenportfolios und Minenindizes, die sehr stark auf die großen Goldproduzenten setzen. Wir haben sehr starken Fokus eben auch auf Silber. Insofern schauen wir hier auch drauf und das gefällt uns sehr, sehr gut. Bei den Minenaktien hier lila dargestellt, violett, fliederfarben, sehen Sie, ja, da geht es schon schön nach oben. Da sind ja 25 Aktien drin, Primärgold- und Silberförderer und die Streamer. Und ich habe Ihnen diesen längeren Chart einfach mal gezeigt, um Ihnen eine Unterscheidung zur letzten Finanzkrise mal zu offenbaren. Nämlich, dass jetzt der Goldpreis steigt. Damals sind die Minen vorangestiegen. Es gab so eine Art, man sagte damals noch, die Minen haben eine Vorlaufindikation. Erst kommen die Minen, dann kommt der Goldpreis. Jetzt ist es andersrum. Der Goldpreis rennt davon. Und Sie werden gleich anhand von Germana Gold sehen, wie auf einmal die Minen attraktiv, preiswert, auch unter Dividendenaspekten richtig attraktiv werden. Und die Minen ziehen hinterher. Und der Silberpreis, wenn der dann noch, wie damals überproportional, den Goldpreis und die Minen outperformt, ja dann, Halleluja, dann ist natürlich ein Minenportfolio, was auch eine hohe Gewichtung auf Silberminen hat, auf Primärförderer und auf Streamer und Reuters Unternehmen, die sehr stark auch Silberstreams mit drin haben, ist dann natürlich ein Freudenfest. Wie gesagt, im Moment dieser Philadelphia Gold and Silver Sector Index, wie er so schön heißt, ist schon über das Erholungs-V hinaus. Aber da ist der Schwerpunkt auch mehr auf den großen Goldminen zu sehen. Ich zeige Ihnen mal unsere Wikifolios, die schlagen sich aber auch nicht so schlecht, muss man nicht verstecken. Aber hier sehen Sie, dass zum Beispiel unser Ausus Gold und Silber jetzt das V vollendet hat. Aber da sind eben, wenn Sie sich das anschauen wollen, ich habe Ihnen auch den Link zu den Wikifolios nochmal unten mit in die Infobox reingepackt. Da sehen Sie eben dann, dass die Schwergewichte sind im Silberminen, auch im Ausus, nicht nur im Silberminen XXL. Da sehen Sie, da fehlt auch noch ein bisschen was zum V. Aber wenn Silber jetzt den Marsch macht auf die 61,8er über die 50er drüber, dann wäre natürlich die Silberminen ja auch natürlich sehr gut performt. Global Makro habe ich aufgestockt, Silber und Platin. Habe ein bisschen rausgenommen, das Exposure bei Bitcoin. Über die Bitcoin Group war ich da drin. Da habe ich die Position mal halbiert mit einem netten Gewinn und habe jetzt aber die Metalle, vor allem die Weißmetalle, hier nochmal gestärkt, weil die Entwicklung da gefällt mir sehr gut. Und wenn man sich die Geldmengeentwicklung und die Zinsentwicklung anschaut, dann denke ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Silber und auch Platin wieder ihren Weg finden. Platin war ja schon mal über 1.000 Dollar, die Unze Silber schon über 20 und da werden wir auch wieder hinlaufen. Und dann haben wir auch hier natürlich Spaß mit den Minen. Wie gesagt, wenn Sie Wikifolios interessieren, unter dem Video können Sie sich den Link mal anschauen. Und dann kommen wir zu der Mine, ich sag mal Germana Gold. Das ist ja ein angloamerikanisches Unternehmen. Also ein fast schon 40 Jahre altes Bergbauunternehmen, ein sogenannter Low-Cost-Produzent mit Betriebsstätten. Und das gefällt mir ganz gut. Ausschließlich auf dem amerikanischen Kontinent, also in Nord- und Südamerika. Wurde 1980 gegründet. Können Sie auch in Deutschland handeln. Ich habe Ihnen die Isen hier mal mit herangeschrieben. Produzent Primärgold, Silber, ein bisschen Kupfer, ein bisschen Zink, ein bisschen Molybdenen. Das ist ein Metall, was in der Stahlverarbeitung benötigt wird, um Stahl besonders widerstandsfähig zu machen, sehr hitzebeständig. Aber das nur am Rande. Hauptsächlich Gold und Silber. Ja, es gibt fünf große produzierende Minen, unter anderem die Canadian Malartic, El Peñon, die Minera Florida, also die Blumenmine, die Jacobina, die Cherromoro und dann gibt es noch sieben sogenannte Projekte, die im Moment nicht produzieren, die aber meiner Meinung nach dafür sorgen werden, dass Germana weiterhin sehr hohes Wachstumspotenzial hat. Dazu hat sich auch der Vorstand geäußert in der Bilanzpressekonferenz und ist für mich absolut nachvollziehbares Deutsch. Zumal, aber sage ich gleich noch was zu, auch die Minen sehr gut laufen, die schon produzieren. Wir haben im Moment ein Market Cap von fünf Milliarden, knapp. Standorte sind Kanada, Chile, Argentinien und Brasilien. EBITDA-Marge 45,09 Prozent und Dividendenrendite für 2020 3,43 Prozent. Zu den Dividenden sage ich auch nochmal gleich speziell was. Da betreibt das Unternehmen eine sehr, sehr investorenfreundliche Politik. KGV mit 18,7 hält sich finde ich auch noch im Rahmen. Ja, die fünf produzierenden Minen, eine oben in Kanada, die Canadian Malertic, da hat man 50 Prozent Anteil dran und dann hat man die Jacobina in Brasilien, die Cherromoro und die El Peñón in Chile und die Minera Florida ebenfalls in Chile. Zu Chile muss man sagen, erhöhtes politisches Risiko, ein Land in ökonomischen und sozialen Schwierigkeiten. Aber das Unternehmen sagt, dass man dort in sehr bergbaufreundlichen Regionen tätig ist und dass auch die Regionalpolitiker die Projekte sehr stark unterstützen, weil sie eben auch Arbeitsplätze bringen. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal die Karte mit den Minen, die produzieren, blau und den Projekten, gelb. Und da sehen Sie, dass sich das alles doch auch hier sehr stark an den schon produzierenden Minen orientiert. Zwei haben wir dann also in Kanada und die letzten fünf haben wir, die letzten eine in Kanada und die letzten sechs in Lateinamerika. Das ist das Portfolio, also bestehend, wenn man mal alles zusammenzählt, aus zwölf Minen. Yamana Gold hat Zahlen vorgelegt, in der April schon fürs erste Quartal. Und die Cashkosten sind weiter gesunken auf 694 US-Dollar pro und zu Gold-Äquivalent. Sie wissen, wenn man auch Beifang hat, wie Zink und Molybden oder wenn man Minen hat, die Gold und Silber produzieren und Zink und Molybden, dann bildet man so eine Mischkalkulation, was das pro und zu Gold gebracht hat oder gekostet hätte, in diesem Fall 694 Dollar. Und die All-In-Sustaining-Kost, also wo Sie alles mit drin haben, auch die Vermarktung, die Renaturierung etc. pp. kommt Gemana Gold auf Totalkosten von 1032 Dollar die Unze. Bei 1700, wo sind wir aktuell, 3 Dollar die Unze ist das natürlich nicht schlecht und das erklärt dann auch die sehr, sehr hohe Marge. Der Umsatz im ersten Quartal betrug 356,5 Millionen Dollar, ging über 407,1 Millionen Dollar. Und das ist in der Tatsache geschuldet, dass speziell in Kanada natürlich Minenbetriebe geschlossen wurden, also sukzessive runtergefahren bis 24. März und dann ab 15. April erst sukzessive wieder geöffnet, nachdem die Provinz Quebec gesagt hat, Minenproduktion ist systemrelevant. Aber man sieht, das hat schon ein bisschen reingehauen. Der Nettogewinn betrug 45 Millionen US-Dollar gegenüber 4,1 Millionen US-Dollar Verlust im Vorjahresquartal. Der Free-Cash-Flow vor Dividenden und Schuldentiteln betrug 38,9 Millionen US-Dollar, ist angestiegen. Achso, ich wollte Ihnen hier noch was zeigen, glaube ich. Genau, da habe ich noch einen Chart drin, wo Sie sehen, zum einen grau dargestellt, den Analystenkonsens über die Schätzung und dann aktuell. Und dann sehen Sie, dass Germana Gold die Erwartungen doch geschlagen hat mit 5 Cent pro Aktie. Und dass auch der Trend weiter nach oben gerichtet ist. Im ersten Quartal gibt es dann auch saisonal bedingt. Sie wissen, wenn man in Kanada operiert, da ist im ersten Quartal ist eben alles eingefroren. Und wenn Sie dann eine Open Pit haben, dann tun Sie sich wirklich schwer dort auch mit der Produktion. Das ist also diese Saisonalität, die ist nicht untypisch für Minengesellschaften. Aber Germana Gold, hier die Analysten positiv überrascht. Genau, Free-Cash-Flow vor Dividenden und Schuldentiteln betrug 38,9 Millionen US-Dollar. Die Nettoverschuldung wurde um weitere 20 Millionen US-Dollar auf 870 Millionen reduziert. Ja, mit dem jüngsten Erlös aus dem Verkauf von Equinox belief sich die Proforma Nettoverschuldung zum 31. März dann eben nicht mehr auf diese 870 Millionen, sondern wie gesagt 786 Millionen US-Dollar, wenn man diesen Equinox-Verkauf mit reinrechnet. Und im ersten Quartal des Vorjahres lag die Nettoverschuldung noch bei 1,77 Milliarden US-Dollar. Konnte also innerhalb von zwölf Monaten um etwa eine Milliarde US-Dollar reduziert werden. Sensationell. Wesentlich mit zu dieser Schuldenreduzierung beigetragen hat der Erlös aus dem Chapada-Verkauf, aber auch der sehr hohe Free-Cash-Flow hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen eben Schulden abbauen konnte in dieser wirklich wahnsinnigen Dimension. Ja, angesichts der Unsicherheit der Covid-19-Pandemie hat Germana im März vorsorglich eine Kreditlinie in Höhe von 750 Millionen US-Dollar in Anspruch genommen. Das Unternehmen geht jedoch nicht davon aus, so zumindest der Finanzvorstand, dass man auf diese Mittel zurückgreifen müsse, weil man genug Liquiditätspolster hat. So, hoffen wir mal, dass das so ist und dass die zweite Welle dran vorbeigeht an Germana. Bisher ist man sehr gut durchgekommen, muss man sagen. Die AISC habe ich Ihnen hier nochmal dargestellt, runtergebrochen auf die Minen. Hier sind im Moment sechs Minen drin, das ist Germana, nee, Entschuldigung, fünf Minen und das ist Germana insgesamt. Und da sehen Sie, dass die AISC unter Budget liegen, also unter den Planungen. Und das hängt auch und vor allem mit Wechselkurseffekten zusammen. Da hat sich zumindest der Finanzverstand geäußert, dass der kanadische Dollar und auch die lateinamerikanische Währung, vor allem, Sie wissen, brasilianische real argentinischer Peso, haben massiv gegen Dollar abgewertet, was dann natürlich auch in Dollar für die Investoren, gerade die amerikanischen Investoren, sehr positive Vorteile hat, dass dieses Unternehmen seine Kosten primär nicht in dem harte US-Dollar im Moment hat, sondern in den weichen lateinamerikanischen Währungen. Und so ist speziell die Jacobina und die El Pignon natürlich sensationell. Das sind all in sustaining costs. Ja, das ist Wahnsinn. Über 100 Prozent Marge, Bruttomarge. Nicht schlecht. Ja, Ausblick von Germana Gold. Erstmal interessant ist noch Folgendes. Germana Gold hat im ersten Quartal einen besseren Free Cashflow gehabt in diesem Jahr als im Jahr zuvor, trotz Corona-Pandemie. Und ich blende Ihnen das hier mal ein. Sie sehen hier mal den Cashflow from Operating Activities 2019, 2020 massiv angestiegen und Cashflows from Operating Activities before net change in working capital, auch da angestiegen. Also man wirtschaftet sehr gut hier mit seinem Geld und hat ein paar gute Sales gemacht und die Kosten unter Kontrolle bekommen und Glück gehabt mit den Wechselkursen. Das gehört eben auch dazu. Wenn es mal läuft, dann läuft es. Der Ausblick. Ja, derzeit gibt es in keiner Termin bestätigte oder vermutete Fälle von Covid-19. Sie wissen, das kann sich sehr schnell ändern. Wir haben es zuletzt in der zweiten Bundesliga gesehen, wie schnell sowas gehen kann, wenn die Leute so eng aufeinander arbeiten und auch in Fleischerei betrieben. Aber im Moment toi, toi, toi. Na, na, na. Mal auf Holz klopfen. Aber die Pandemie hat sich dennoch aufs Geschäft von Germana ausgewirkt. Zwei Miden, speziell Canadian Malartic und Cheromaro, wurden sukzessive runtergefahren und wie gesagt bis 24. März komplett geschlossen und ab 15. April erst wieder aufgemacht im Zusammenhang mit den Beschränkungen von Covid-19. Und diese Produktionsaussetzung hat sich natürlich auch auf den Gesamtausblick für dieses Jahr ausgewirkt. Und hier ist mal dargestellt, aktuell 2019, dann die Originalprognose in der Goldproduktion und revidiert. Und da sieht man das speziell bei Gold, es reinhaut. Ja, da ist die Produktion hier mal dargestellt in 1.000, also 786.000 Unzen und 857.000 Unzen. Eine Reduktion von, ja, fast 10 Prozent. Interessant bei der Silberproduktion nur minimal, also, na, doch auch 10 Prozent. Ja, kann man sagen, auch 10 Prozent. Und was wir hier sehen, ist unten, dass es speziell auch die Minen dann betroffen hat, die geschlossen wurden. Und wenn man hier die Original-Guardian sich von Canadian Malartic anschaut, wo man 50 Prozent Anteil daran hält und jetzt die revidierte Prognose, das ist natürlich schon heftig. Die Jacobina zum Beispiel gar nicht betroffen, dann die Charo Morrow wieder betroffen, El Pignon nicht so betroffen und die Minera Florida auch nicht. Aber hier speziell die Schließung in Kanada, das hat natürlich reingehauen. Aber es hat natürlich nicht gerechtfertigt, was mit dem Aktienkurs passiert ist. Also eine Halbierung des Aktienkurses, deshalb wäre nicht nötig gewesen. Interessant ist die relative Bewertung von Germana. Und zwar hat FactSet, amerikanisches Research-Unternehmen, was sich sehr intensiv mit der Bewertung auch von Unternehmen anhand von Unternehmenskennzahlen, auch Gewinnzahlen, die auch die Unternehmensgewinne sehr gut prognostizieren. Und die Trends, die sich dort abspielen, die haben im Bereich der Minen mal Germana verglichen mit der Peer Group, dem Durchschnitt der Peer Group und mit den am höchsten bewerteten Minenunternehmen. Die Daten sind vom 4. Mai 2020, also sehr neu. Und die Peer Group enthält Nico Eagle, Barrigold, Kirkland Lake Gold und NewMid Mining. Und da sehen Sie bei dem Price-to-Net-Asset-Value, sehen wir Yamana mit einem Multiple von 1,5 relativ günstig und einem Price-to-Cash-Flow per Share ebenfalls mit einem Multiple von knapp 8, relativ günstig zur Peer Group und zu den Highest Multiple Peers, zu den Vergleichsaktien. Das ist der Kurs innerhalb von 12 Monaten. Da waren wir hier bei 5 Dollar. Da ging es runter auf mehr als eine Halbierung, 2,30 Dollar. Und jetzt wieder hoch auf 5,24. Also das ist einer der sinnlosesten Crashs überhaupt. Das haben viele einfach nicht nachgedacht oder Liquidität gebraucht, Zwangsverkauft, Stop-Losses gerissen. Naja, sie wussten, was los war im März. Und jetzt mit den steigenden Minenaktien geht es eben wieder sehr gut nach oben. Ja, eigentlich sind die Aussichten ganz gut. Die Produktionsprognose für 2020 allein für die Jakobiner-Mine hat Yamana auf 168.000 Unzen Gold erhöht. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Mine aufgrund von höherem Erzgehalt und höheren Erzdurchsatzes schon in diesem Quartal, also dem jetzt abgelaufenen ersten, einen Produktionsrekord verzeichnen konnte. Und generell hat sich der Ausblick für die kommenden zwölf Monate aufgrund des höheren Goldpreises und dem, wie ich es immer nenne, Big Picture und der schwächeren Betriebswährung gegenüber dem US-Dollar, und auch daran wird sich wohl nichts ändern, sowie der verringerten Kostensituation, also zum Beispiel bei den Energiekosten hat man gespart, hat sich das Gesamtbild doch deutlich aufgehellt. Und die Marge wird sich hier von zwei Seiten, von der Kostenseite, Sie haben gesehen, AISC entwickeln sich nach unten unter Budget und der Goldpreis entwickelt sich nach oben und dann die Währungen kommen noch nach unten, vor allem die in Lateinamerika. Und die Bewertung ist nach wie vor sehr attraktiv. Die Kostrückgänge haben die sogenannten Insider, also die Vorstände deshalb auch genutzt. Das sind hier die grünen Dots, um nachzukaufen. Das sind die Insider-Käufe und da hat man gut nachgekauft, denke ich, zu guten Preisen. Meine Investmentthese zu Germana Gold. Extrem niedrige Cashkosten bei Gold und Silbo. Oh, das ist hier leider eine falsche Zahl. Die richtige Zahl ist 600, ich glaube 670. Und haben eine starke Bilanz mit steigendem freien Cashflow. Das ist ganz wichtig. Daraus können Sie nämlich die Restschulden bedienen oder sollten Sie in die Verlegenheit geraten, jetzt diese 750 Millionen US-Dollar-Notkreditlinien in Anspruch nehmen zu müssen, dann können Sie die eben aus freiem Cashflow relativ leicht auch wieder abtragen. Im Moment, wie gesagt, ist das nicht zu erwarten. Dividendensteigerung in den letzten vier Jahren, zeige ich Ihnen mal, was da passiert ist, hat man in den letzten, muss ich kurz schauen, genau in den letzten zwölf Monaten, in den letzten zwölf Monaten um 210% die Dividende angehoben. Auf 900 Millionen, also seit 2007 sind so 900 Millionen Dollar an Dividenden ausgeschüttet worden. Und Sie haben gesehen, das Unternehmen ist 5 Milliarden wert. Also da wird schon sehr gut an die Aktionäre gedacht. Drei Dividendensteigerungen in den letzten vier Quartalen, genau. Sieben Projekte in Kanada und Lateinamerika, die aktuell noch nicht produzieren, ermöglichen aber in Zukunft ein sehr hohes Wachstum. Das muss man ganz klar sagen. Und auch der Anstieg in der Jakobiner-Mine sollte dazu beitragen, dass wir hier nicht nur mehr Produktion sehen, sondern auch zu anhaltend niedrigen Kosten und damit auch einer Gewinnsteigerung. Also die Fixkosten bleiben identisch und man schafft es aber mehr zu produzieren, auch durch die Wegnahme der Covid-19-Einschränkungen, solange sie denn anhalten, und durch höhere Goldpreise. Ein Low-Cost-Produzent mit Fokus auf organisches Wachstum. Deshalb auch die sieben neuen Projekte. Relativ niedrige Bewertung. KGV von 18 ist nicht so besonders hoch. Geopolitisches Risiko in Lateinamerika. Gerade in Chile, auch Argentinien ist ja de facto bankrott. Da kann es natürlich in solchen Fällen immer mal wieder zu Zugriffen durch den Staat kommen. Man will eine höhere Beteiligung. Man möchte mehr steuern. Man möchte das verstaatlichen. Das sind Risiken, die muss man tatsächlich sehen. Und eine zweite Covid-19-Welle würde die Planung für dieses Jahr natürlich vollkommen zerstören. Und dann wäre auch von der Seite ein Rückschlag zu erwarten. Also das sind im Moment die größten beiden Risiken. Politisches Risiko und zweite Covid-19-Welle. Ja, ich hoffe, dass diese Informationen zu Germana für Sie recht interessant waren. Und vielleicht noch zur Information. Germana ist im Ausus-Wikifolio auf Platz 15 von insgesamt 75 Minen gewichtet mit 2,3%. Und 1,33% ist die Durchschnittsgewichtung. Gefällt mir persönlich sehr gut. Wir sind damit bisher auch gut gefahren. Aber meine große Hoffnung liegt in Zukunft eher auf den Silberminen. Deshalb wird auch die nächste Mine, die ich im Porträt habe, eine Silbermine sein. In diesem Sinne, Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Johannes Zipfel Zipfel